moin morning talk heute haben wir den 8.12 was haben wir heute mit donnerstag haben wir schon donnerstag weiß nicht ob man wenn man mich hört mein fernseher hört ich auf einen fantasy an weil ich da weiterspielen will beziehungsweise pause gemacht damit ich morning talk aufnehmen kann ja jetzt irgendwas neues ich bin noch nicht mal auf youtube auf gucken wir mal gucken wir mal geh jetzt auf mein kanal guck mal 227 abonnenten also in letzter zeit bekomme ich so gut wie jeden tag mindestens einen dazu ist finde ich cool es liegt auch ein bisschen daran wegen dem steam das weiß ich aber gestern hat haben wir ein paar leute aus amerika zugeholt die deutsch können ja wo die hergekommen sind das war ganz cool und das eine video von gestern ist immer noch in bearbeitung andere dafür ich gestern gestreamt ab das geht werde ich nachher mal oder jetzt schon wenn es hier vorbereitet damit ich nicht vergesst veröffentlichen dann könnt ihr das gucken für diejenigen die es nicht gesehen haben es geht halt zwei stunden das muss man nicht an einem stück gucken aber ich sag mal gegen ende ist was dummes passiert ich bin aus der sinn auf ranking gegangen ich wollte eigentlich nur gechillt zocken drei gegen drei haben wir gemacht und am ende da noch ein bisschen quick play und ich habe dann das weiß nicht warum auf ranking gedrückt das ist immer komisch wenn man in so ein spiel geht nicht vorbereitet ist man denkt sich so ja das spiel ist so ein bisschen so ein kleines spiel dann am ende tot ernst aber es lief am ende gut deswegen wie gut wie super mario run es wird scheiße einfach nur weil die zehn euro für so einen scheiß haben wollen entweder umsonst oder 1 euro 2 euro aber doch nicht zehn euro das sehen kannst du es gerade behalten und bei einer hand los egal gucken wir mal arrow staffel 5 scheiße wie viel staffel gibt es denn davon schon ich habe eine geguckt war es present über sieben im play trade ein ruhig nicht es gibt echt nichts ja sehr 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 wenig er scheiß drauf ich habe eine andere seite das gardien habe ich ein bisschen gezockt also nur ist cool natürlich rätsel muss man halt immer auf achten alles richtig machen dann am ende runtergefallen irgendwie hatte ich keine lust mehr dann habe ich erst mal ausgemacht habe wenn sie weitergezockt der session 4 über 50 millionen verkaufte einheiten und viel hätte ich schon viel ja das können wir gucken da ist ein trailer aus ja tack mein Name ist die kenne ich bin der Zukunft es ist eine Katze in Trouble und ich glaube es ist Teil einer internationalen konspiret in meinem Zeitpunkt in meinem Zeitpunkt ich weiß mein only hope was was to assemble the team in order to play Super Heroes you have to have a Super Hero Persona I guess you have farts that stop time or something nice I'm going to destroy this town ja also ich freue mich schon drauf freue mich schon drauf ganz ehrlich ähm der erste teil war einfach super der war war super dann habe ich so gerne gezockt sogar noch am PC weil irgend ich weiß nicht wieso irgendwas war dann habe ich es nicht geholt auf der Playstation aber es ist einfach super wunderbar ja wenn man es vorbestellt oder kauft ich weiß nicht bekommt man das alte spiel dazu also kann man nichts verkehrt machen dauert noch Ende Mai kommt das spiel raus aber wie gesagt zockt den ersten teil er war super geil und der zweite er wird hoffentlich auch genauso geil mal gucken mal gucken mal gucken so gibt es noch irgendwas auf Steam sind ja so viele neue spiele rausgekommen ähm es sind ja so viele hier ist eins rausgekommen Shadow Tactics Tactics Blaze of the Shogun äh ist direkt auf Platz eins der Charts also auf Steam also auf Steam es ist eine Art Kommando Kommando habe ich an sich nie gespielt äh für diejenigen die nicht wissen was es ist eigentlich mal hier an machen oh jetzt hin ah ok es hat ein taktisches Spiel es ist zwar auch so ein bisschen Rollenspiel aber es ist eher Taktik Shadow Tactics is a tactical stealth game set in Japan around the Eidu period in the service of the Shogun you play up about the overall start with Hayato yeah so ungefähr geht das ist halt ein stealth game nur vom Vogelperspektive das ist ja schon cool auch da oben lang laufen können hier genau genau nächst dich naja das ist eigentlich ist eigentlich ganz cool ist eigentlich ganz cool ist eigentlich ganz cool ist jetzt hallo was hat 36 euro muss mal gucken ob es so ein spiel kann ich ich bin doch müde hat einer das problem ist nicht der preis an die länge 20 bis 25 stunden stunden ist eigentlich ganz okay finde ich ich zog vor allem finde ich jetzt schon 20 stunden und habe das gefühl irgendwie wenn ich nur die hauptmission machen würde wäre ich schon fertig mit dem ich habe mir mal die trophäen angeguckt ich bin jetzt in kapitel 6 und 15 das ja ok was steht heute an heute steht nichts an weil ich spätschicht habe ich habe überlegt zu stream aber ich mache es wahrscheinlich längst nicht wahrscheinlich dann eher morgen wieder bei morgen habe ich die frühschicht morgens freitag samstag habe ich die frühschicht morgen habe ich frei morgen gehe ich davon aus dass ich stream und samstag muss ich gucken wegen wochenende ob ich irgendwas vor habe oder nicht ich habe da jetzt gerade keine ahnung ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja jetzt noch was heute ist halt hier auf dem kanal ruhig stream wird nix sonst kommt wahrscheinlich auch nur das video raus und halt das overwatch von gestern was ich gestreamt habe für diejenigen die es interessiert wie gesagt so nach zwei stunden kann ich mir vorstellen dass das nicht einfach mal so geguckt wird aber man kann halt auch mal reingucken auf jeden fall wer schreibt mir das will ich jetzt noch sehen wer mir schreibt ok der flammenflügelmann hat sich gemeldet nicht bei mir aber beim timo dass er sich entschuldigen will ach ja er wollte anrufen oder so er erinnert heute äh nicht jetzt meine ich ähm ach so er fragt ob er es gemacht hat ne hat er nicht ähm der dominik hat eine interessante idee das kann ich noch sagen ok so ähm und zwar ein kleines turnier auf meinem kanal ähm und zwar overwatch eins gegen eins beziehungsweise falls ihr die leute jetzt so finden drei gegen drei äh einfach nur aus fun jetzt kein ja der gewinner bekommt diesen das sondern einfach nur fun und das das die idee ist ganz cool finde ich weil an sich ist overwatch ja ein schlechtes let's play man kann das nicht let's playen aber so ein turnier mäßiges könnte man mal machen mhm falls jemand lust hat ihr wisst da unten reinschreiben damit ich es weiß äh wenn ihr nicht lust habt oder das video auch gar nicht guckt habt ihr Pech gehabt werde ich Leute finden wenn er zu kommen aus meiner freundesliste äh vom battle.net irgendwie dazu lassen sich immer welche finden gut dann war's das ich bedanke mich haut rein Leute äh genau tschüss